hallo hier ist wieder eure sina von urban sie kreativ heute mit einem kleinen tipp ich bin nämlich gefragt worden was das für ein quatsch ist mit dem neuen stempel set also aus das fing ja an im neuen jahreskatalog dass die stempel sets mit den klarsicht stempeln hier jetzt so bilder hinten drin haben und die folien eben nicht mehr bedruckt sind bin ich gefragt worden was das soll und was man jetzt da machen kann hintergrund dieser aktion ist das stemp in up hier natürlich einen arbeitsschritt sparen wollte diese diese folien zu bedrucken das geht dann jetzt alles ein bisschen schneller und man kann besser reagieren auf nachlieferungen also wenn man noch mal nach bestellen muss also als dem bin ab eben genau und das war wohl der hintergrund dazu ja dass man das eben in der produktion entsprechend leichter hat die folien sind ja gleich geblieben an sich außer dass die hintere bedruckt ist die vordere ist nach wie vor so eine weiche also so ein bisschen weichere folie und die hintere wo die stempel aufgeklebt sind ist eine recht starre folie also das ist nach wie vor das gleiche hier ist jetzt noch mal ein älteres stempel set so war das halt vorher die hintere folie war bedruckt und man konnte die stempel wenn man sie abgemacht hat wenn man jetzt mehrere benutzt hat konnte man sie wieder genau auf dieselbe stelle kleben und wusste genau okay da muss der stempel hin und das sind alle stempel die dazugehören dann falls man mal einen nicht hat dass man noch mal nachschauen kann mensch wo liegt denn der habe ich den jetzt irgendwie auf meinem arbeitsplatz verwuschelt ja genau und vorteil war auch man konnte eben sehen was da auf den sprüchen drauf steht das ist jetzt natürlich hier bei dem bisschen schwierig weil das jetzt ja jetzt muss man dann schauen cool okay schwierig zu lesen jetzt ist das natürlich ein bisschen ungünstig und deswegen kam natürlich zurecht die frage was wie soll ich das jetzt machen weil hier steht alles verkehrt rum was mache ich denn da jetzt am besten ist jetzt irgendwie doof genau das können wir erstmal beiseite tun das wollte ich euch nur noch mal als zeigen wie das vorher war aber das wisst ihr ja eigentlich auch das hier ist jetzt zum beispiel eins aus der da kommenden celebration ganz tolles hintergrund set da ist es auch so hier ist es natürlich super easy man kann man muss aber nicht ich bin mir selber noch nicht ganz im klaren wie ich das künftig mache wenn man jetzt dieses ganze folien gewuschtel gar nicht mehr mag man kann die natürlich auch die stempel alle ab machen die folie dann kann man sich separat irgendwo aufheben oder falls man meint man braucht die dann später noch mal man kann jetzt natürlich hergehen und die stempel hier alle so rein machen dann spart man sich natürlich wenn man es das stempel set dann her nimmt spart man sich dieses ganze folien gewuseln dann hat man einfach die stempel hier drin so ist es nämlich gedacht beziehungsweise ist es ja jedem selbst überlassen wie man es macht macht man die stempel kann man eben hier rein machen dann hat man die alle so da und sieht auch habe ich jetzt alle drin oder nicht ja ich habe alle drin okay kann ich es wegpacken und wenn man es dann her nimmt nimmt man einfach bloß noch den stempel hier ab ich weiß jetzt natürlich nicht wie lange hält das wie oft kann ich die stempel benutzen dass die hier mir nicht irgendwann hier abfallen da gibt es natürlich auch tipps und tricks wie man den stempel wieder klebbar macht ein bisschen spüli abspülen mal ordentlich mit ein bisschen spüli dass man die fett von den fingern zum beispiel dort wieder abbekommt dann kleben die auch wieder ich weiß jetzt nicht habe jetzt natürlich noch keine langzeiterfahrung wie das ist wenn ich die folie nicht nutze die träger folie sondern das direkt auf das plastik mache müssen wir uns dann halt einfach mal ausprobieren ich würde jetzt die folie einfach noch aufheben die packe ich mir vielleicht irgendwo beiseite ich packe es jetzt erstmal hier rein damit es weg ist ja wie gesagt langzeiterfahrung habe ich damit jetzt noch nicht aber jetzt ist die frage was machen wir jetzt mit so einem set wo sprüche drin sind weil jetzt kleben wir uns das hier drauf und haben spiegelverkehrt ist ja eigentlich doof ne so hier gibt es einen einfachen trick habe ich auch schon jetzt öfter gesehen bei anderen demos den möchte ich euch zeigen das ist natürlich jetzt nicht meine idee wie gesagt schon mehrfach gesehen deswegen kann ich jetzt auch keine spezielle demo nennen die da die ursprungs idee hat weil ich nicht weiß von welcher das ist aber irgendjemand hatte anfänglich diese glorreiche idee also ihr macht euch einfach hier diese weiche folie zieht ihr euch mal ab also die weiche folie abziehen so dass die stempel wie sie gehören eigentlich so wie ihr die auch auf dem stempelblock macht dass die hier noch drauf sind auf der träger folie und dann nehmt ihr euch ein papier ihr guckt mal wie wie groß ist das hier wie wie viel brauche ich jetzt an papier ja jetzt habt ihr vier inch mal sechs inch so ich habe das natürlich schon zurecht geschnitten dann nehmt ihr euch ein stempelkissen und stempelt euch hier mal eure motive einfach so auf diesem natürlich nicht auf dem finger aber einfach so auf dem auf der träger folie einmal abstempeln da habe ich mir mein papier noch gleich eingesaut aber dafür ist es ja auch da nehmt euch das papier ihr müsst jetzt hier nicht euren total tollen grund weißen farbkarton ich habe jetzt normales kopierpapier was ein bisschen dicker ist also das hat jetzt hier ein bisschen mehr gramm als dieses 80 ich glaube 100 oder 120 aber ist auch wurscht und da legt euch euer papier einfach mal da drauf drückt das einmal ein bisschen an abziehen dann habt ihr eine gute ist jetzt nicht einmal frei aber man kann es ganz gut lesen vielleicht dass man das wenn es jetzt nicht ausreicht macht man es halt einfach normal ist ja nicht so schlimm und dann könnt ihr euch das hier rein schieben könnt das natürlich auch festkleben das habe ich auch bei einer gesehen die hat das dann hier drinnen hinten einfach festgeklebt so dann seht ihr nämlich frohes fest und guten rutsch ach so das stempel set ist übrigens in dem neuen mini katalog ganz süß das gibt es mit einer handstanze wo ist denn jetzt meine handstanze ach die ist jetzt natürlich wieder weg ja meine handstanze ist jetzt gerade nicht griffbereit moment ich hole die schnell so das kommt mit einer tollen handstanze da kann man hier den pinguin ausstanzen und das inne leben also wenn man jetzt einen schwarzen farbkarton hat und den weißen drüber dann braucht man hier nicht stempeln dann kann man einfach nur auf dem farbkarton zum beispiel also ist natürlich kein muss nur eine idee aber darum geht es jetzt ja gar nicht jetzt ging es ja hier um diese stempel so und dann hat man das da so schön drin dann kann man sich natürlich auch die stempel natürlich nachdem man sie sauber gemacht hat ich mache es jetzt einfach mal um eure zeit hier nicht zu verschwenden hier sich so rein machen dann sieht man am ende auch ob alle stempel da sind also alle stempel hier so rein und hier hat man dann die sprüche an derselben stelle darum ging es jetzt natürlich dass man sieht okay und zwar so sehr das ist der stempel okay ziehe ich mir ab brauche ich frohes fest und guten rutsch zack hier den stempel brauche ich jetzt und fertig ja also das ist jetzt der sinn dieser dieser neuen art von ja einleger in dem stempel set und wie wir jetzt als stempel fans eben damit am besten umgehen können ist halt nur eine idee so dass man es noch lesen kann gerade rum und nicht spiegelverkehrt ja da kann sich jeder mal ausprobieren ausprobieren wie es am besten ja damit umgeht gut das zu dieser idee ich hoffe der tipp der bringt euch ein bisschen weiter in sachen neue klarsicht stempel art und ich sage vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal tschüss eure sina tschüss tschüss pf 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 pf